down 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 dann sind wir wieder mit GTA Online und hier will jemand umbiegen und brechen an mir vorbei kann er sich aber getrost abschminken wo wollen wir denn hin? hä? hä? so geht das nicht der lässt sich aber auch nicht ver... jetzt reicht's bei dir ist dein Erbeck rausgekommen oder was? man erst scheiße bauen und dann wundern wach so wir wollen Missionen nein ich mache dir ja schon mit den Folgen kürzer momentan und Tropsin klappt's nicht hier Tropsin kaltzeit ich krieg das gar nicht hin naja ja hallo wie kann ich dir helfen? lass mich erzählen was ich kann oh oh hallo upsala so schnell kann ich da jetzt ja gleich stumm schalten LKW so wir trockendocken haben wir doch letztens gemacht warum gibt der mir immer dieselbe Scheiße da und was hallo ok ich erzähle dir die konkurrenter ich mache das aber flott Mir fallen einfach Leute vom Himmel. Einen an der Waffe. Habe ich das schon mal gemacht oder nicht? Das ist jedes Mal die Frage, deren Antwort wir suchen. Aber wir könnten eigentlich auch... Aber ich fahre mal, oder? Es sind fünf Spieler. Komm, wir fahren Rennen. Mein Nase ist zu. Was haben wir denn hier? Stiefel auf den Boden. Spiele eins bis dreißig. Läuft doch. Loh, loh, loh. Loh. Was ist los, ey? Ich habe Nase. Boah, ich glaube, ich habe mich erkältet. Das wäre es ja. Wo kommen die denn alle her? Ja, cool. Aber so wichtig die Server erkennen, hier bei L1. Werden die meisten eh wieder rausfliegen. Zeit für einen Regimewechsel in Forza Kudo. Bist du, bist du, weiß ich, weil ich kann verteilen ihre Herzen und ihren Verstand über der gesamten Fahrbahn. Ein täuschend einfacher Rundkurs in der Gegend, deren Zutritt aus gutem Grund verboten ist. Warum ist das verboten? Loll. Sind alle da? Wow. Sind acht Spieler? Wow. Wow. Happy Birthday. Können wir nachher noch ein Deathmatch machen, du. Cool. Eine halbe Xbox 360 Lobby. Falls die alle drin bleiben jetzt. Ja, wir haben unsere getunte Spasti hier. Mit 800 Einkehren. Ha! So. Das wird's interessant hier. Ja, man hört's, glaube ich. Wie ist jetzt meine Nase dicht? Ha! Ha! Wir haben wenigstens wieder einen Helm auf, nicht diese Psychobrille. Was war das denn? Was war das denn? Schieb du Gegengefahr? Oh, du Idiot, Alter. Ja, hat's sich erledigt da drin. Ich könnte mal wieder GTA-Rennen fahren, fällt mir grad mal ein. Das stimmt. Ich hab's schon lange nicht gemacht. Ich hab's schon lange nicht gemacht. Hä? Äh, warum ist der denn jetzt? Was war das denn schon wieder für ein Bitch-Move? Was ist der denn? Ich hab's schon mal weggearbeitet. Ja, wenigstens hab ich den noch überholt. Ey, hat der da gerade gefeiert? Loll, wie hier wieder alle rumstanden. Immer diese Grafikglitchs und sowas hier. Überall die Box. Hm. Das ist... Kapiert nicht. Das wird irgendwann immer schlimmer. Da müssen wir jedes Mal in den freien Modus gehen. Weil wir hier einfach fast alles schon haben an Rennen und Deathmatches. Deathmatches sind eigentlich noch ganz schön viele über. Äh, ausgerechnet das wird durch Schlarwut uns ja angezeigt. Hä? Selbst schuld. Die spawnen ja tatsächlich mal dann hier. Läuft. So, für die nächste Folge. was haben wir denn hier noch alles du meine fresse ich hasse diesen mühl ja Fallschirmsprünge haben wir auch noch lass rollen Digga hier könnten wir mal ein GTA Rennen drauf fahren in der nächsten Folge das wird lustig also denn bis zur nächsten Folge euer Onkel Ciao